Ja cool, die Skispringen in Oberösterreich, das ist schon ganz was anderes. Das ist was anderes, nein. Es ist einfach flässig. Das gehört einfach wieder her, es gehört wieder mal eine gute Veranstaltung nach Oberösterreich her, das hat man eh gesehen. Die Leute bedanken es und werden mir sehen, das wird aufgehen. Da wird lange eine Stimmung sein bei jedem Athleten Vollgas. Heute Quali schon 5000 Leute, glaube ich. Ja, das war Wahnsinn. Ich habe zuerst gesagt zu den Kollegen, auch überall zu den Sportlern vom UF, vom Fernsehen, und habe gesagt, hey, bei der Tournee ist es nicht viel Ärger am Qualitag. Also, das ist... Ich finde es einfach cool. Mir taugt es. In Hinzenbach haben sie da reingehaut, dass sie so etwas aufziehen. Und jetzt tanken sie ihnen die Leute, das ist das Wichtigste. Ich weiß, Städterfahrt ist gar nicht angenommen. Die ganzen Top-Athleten von der ganzen Welt sind extra da hergekommen. Und die Leute tanken das mit Applaus und Daumen drücken. Ja dann, morgen 12.30 Uhr fliegen wir. W boden Klamer ist sehr schlecht. Actually jetzt eine vitaloscopia da für Leute Aachten steht der Säge About Knowing, dass sie die Leute iniembringe auspackt sind. Vielen Dank. Dafür ist seit einem britannischen Auto. Ich schorte auch anfangen an den Haupt-Taklen-Den-Nunten,